Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin unter 30.000 US-Dollar weiterhin. Wir haben nochmal einen kleineren Abverkauf gesehen. Das Golden Pocket wurde noch nicht gehittet. Dafür ein anderer Support-Bereich. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz den Daily-Time-Frame an, was ich jetzt für die nächsten Stunden nochmal erwarte und ob wir wirklich immer noch die Chance haben, auf die 35.000 US-Dollar zu sehen. Kleiner Spoiler, ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt. Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen vorweggenommen, aber ist mir völlig egal. Auf jeden Fall werden wir uns natürlich auch noch Ethereum angucken, ob wir da möglicherweise irgendwelche Trade-Möglichkeiten sehen. Was wir dort erwarten, das erfahrt ihr im heutigen Video. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Dort kriegt ihr immer die neuesten Updates, natürlich auch Signale, wenn es irgendwelche gibt und natürlich immer mal so ein paar Zwischen-Updates, wie so der nächste Stand ist. Kommt da gerne rein, Link ist unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit habe ich jetzt genug Zeit verschwendet beziehungsweise genug Werbung gemacht. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 29.500 US-Dollar. Ihr seht hier einen ordentlichen Wig nach unten, den wir hier hinterlassen haben bei den 29.100 US-Dollar. Wir sind nicht genau ins Golden Pocket leider gekommen. Das wäre jetzt dann so die nächste Order. Leider wurde hier oben die Short-Order nicht getriggert. Leider wurde die Long-Order noch nicht getriggert. Aber ganz ehrlich, wir sind ja immer noch Long mit eben hier unten diesen 28.000 US-Dollar, wo wir hier den Long-Entry haben. Also das heißt, wir sind momentan immer noch sehr, sehr profitabel und haben ja schon die größten Take-Profits mittlerweile erreicht. So, wie glaube ich, jetzt geht es die nächsten Stunden weiter? Wie gesagt, wir konsolidieren jetzt hier erstmal ein bisschen bei den 29.500 US-Dollar. Vor allem diese ganzen Hongkong-Kryptowährungen und wie CFX, auch Arbitrum, ordentlich, ordentlich nach oben gescheppert und ID pumpen momentan wie blöde. Natürlich, wir haben so ein bisschen Altcoins, Bitcoin lässt ein bisschen nach, die Altcoins ziehen ein bisschen nach, absolut alles normal. Nur Bitcoin muss sich jetzt hier wirklich ein bisschen stabilisieren, damit wir auch wirklich die Chance haben, dass wir hier wirklich die 35.000 US-Dollar sehen. Kurzfristig, ziehen wir mal ganz kurz das Fit-Level von diesem Abverkauf, kann ich mir nochmal so einen Rücksetzer vorstellen. Hier in dem Bereich der 29.300 US-Dollar kann man entweder mit ganz, ganz engen Stop-Loss, also hier beim 0,786er bei den 29.2 versuchen. Ganz ehrlich, dann würde ich aber eher ein bisschen so den risikoreicheren Ding oder weniger risikoarmen Weg dann nehmen und dann hier auf jeden Fall ein Stop-Loss hier unter das Golden Pocket, das sind 1,5%. Sollten wir den hier am 0,786er, dann wären es 0,4%. Die Chance, dass wir hier ausgewickt werden, ist aber relativ groß. Fraglich ist es nur, ob wir da überhaupt nochmal hinkommen. Also merkt euch mal, den Bereich 29.300 US-Dollar, weil wir hier schon an dieser Grenze momentan sind. Wir haben direkt über uns eine Ineffizienz bei 29.7. Wir haben den ersten Abverkauf, den zweiten und möglicherweise war das hier schon die Welle 3, wo wir hier nach unten den Abverkauf gesehen haben, wird jetzt nochmal entscheidend sein. Aber die Ineffizienz hier oben, wie gesagt, in diesem Bereich hier bei den 29.700 US-Dollar sollten wir mal einen Blick behalten, weil sollten wir jetzt hier einen Auftrieb kriegen und dann nochmal abverkauft werden, dann auf jeden Fall hier in Richtung 29.300. Da hätten wir auch so ein kleines Inverse Head & Shoulders und dann mit neuem Auftrieb auf jeden Fall über wieder die 30.000 US-Dollar Marke. Ich gehe momentan nicht davon aus, dass wir zumindest jetzt schon den Crash sehen. Dafür dauert es meines Erachtens nach ein bisschen zu lang, weil normalerweise kennt ihr es, wenn wir immer diese drei, oder die meisten kennen es hoffentlich noch damals aus dem Bullenmarkt, normalerweise haben wir immer die heftigsten Korrekturen nach einem impulsiven Anstieg, den hatten wir, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Trotzdem, danach ging es dann meistens rapide nach unten und das, was wir jetzt momentan hier so ein bisschen formen, erinnert mich eher so ein bisschen so an diese, wo wir hier damals schon mal drüber gesprochen haben, wo wir dieses Rounding Top hatten und dann sich doch der Markt nach oben hin überlegt hat und diese Bewegung hier ähnelt schon ein bisschen der von der wir oder wo wir gerade herkommen. Also man muss ja schon ein bisschen aufpassen, ich glaube nicht, dass wir jetzt direkt Richtung 25.000 US-Dollar crashen, ich glaube eher, dass wir maximal noch ins Golden Pocket eben hier runterkommen, das ist immer noch so ein bisschen der Weg und dann uns hier stabilisieren und dann neuen Anlauf starten, zumindest 32.400, ihr kennt die Marke, das ist momentan für mich zumindest die wichtigste Marke, die fallen muss für einen potenziellen Bullrun, wir sind noch in keinem Bullrun, ich betone es immer wieder gerne dazu, Bullrun, nope, erst wenn wir hier wirklich über die 32.400 US-Dollar sind. So, da möchte ich euch aber nochmal ganz kurz, weil wir ja gesagt haben, wir gucken mal ganz kurz auf den Daily oder Close, wie war dieser denn momentan, natürlich muss man sagen, wir haben hier diese Hochsitz erstmal rausgenommen, leichterer Abverkauf, überhaupt kein Verkaufsvolumen, positiv, einerseits Aeros Eye hat ein bisschen runtergekühlt, aber was man auch dazu sagen muss, wir haben hier diesen Bereich um 0.236er und das war so dieser Fahrplan, den wir ja schon die ganze Zeit immer wieder drüber besprochen haben, dass wir diesen Bereich jetzt nochmal getestet haben und jetzt von mir aus, beziehungsweise müssen wir die nächsten Tage hier auf jeden Fall über die Marke von 30.148 wieder drüber kommen, um einen neuen impulsiven Abtrend zu starten. Also momentan sieht sich wirklich beschissen aus, wir müssen uns nur noch ein bisschen Geduld, meines Erachtens nach könnte heute vielleicht nochmal ein bisschen holprig werden, ich habe gestern schon dazu gesagt, so dieser False Move Monday, der ja bei vielen immer noch ein Begriff ist, dass Montag immer falsche Richtung geht und dann die nächste, bis zumindest Donnerstag, dann ordentlicher Abtrend zustande kommt, kann ich mir eben auch in dieser Woche sehr, sehr gut vorstellen, nachdem wir jetzt auch, und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, beim DXY jetzt erst einmal in den größeren Widerstand geflossen sind. Das sieht man ganz gut hier, wir haben im Wochenausblick drüber gesprochen, DXY erstmal noch pumpen, dann Rücksetzer mit einem höheren Tief, direkt an diesen Downtrend, könnte für Krypto jetzt die nächsten Tage erstmal nochmal ein bisschen Auftrieb, zumindest kurzfristig ein bisschen Auftrieb geben, bevor wir dann die nächste Korrektur sehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Ethereum, wie sieht es dort aus? Relativ ähnlich, das haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, dass dieses Szenario wahrscheinlich nicht eintritt und genau das ist eben eingetroffen. Wir haben ja gestern drüber gesprochen, Bitcoin Richtung Golden Pocket, wo wir jetzt fast waren, bis auf 100 US-Dollar, dass wir Ethereum nicht hier unten sehen. Und das war eben auch der Grund, warum ich gestern dazu gesagt habe, wir machen keine Limit Orders in diesem Bereich, weil ich eh nicht glaube, dass die dann irgendwie abgeholt wird oder dass wir irgendwie in diesen Bereich hier reinkommen sollten oder könnten. Ist nicht passiert. Wir sind vorher wieder gedreht, hier in diesem Bereich. Wir haben kein tieferes Tief. Natürlich haben wir Liquidität aus dieser Demandzone beziehungsweise in diesem Orderblock abgefischt, nicht wirklich dramatisch. Und jetzt versuchen wir auch hier erst einmal ein bisschen Trendumkehr zumindest reinzukriegen. Wir schauen uns das Ganze mal auf einen 1-Stunden-Timeframe an. Erster Abverkauf, zweiter, dritter. Gefällt mir hier ein bisschen von der Struktur, ein bisschen besser als Bitcoin. Trotzdem, momentan Ethereum ist einfach nicht zu traden da für mich. Halte ich mich komplett fern, weil mir die ganze Struktur an sich nicht gefällt. Natürlich habe ich jetzt gesagt, okay, die Abverkaufsstruktur gefällt mir besser als bei Bitcoin. Ja, aber das heißt nicht, dass man uns hier unbedingt traden muss. Gefällt mir weiterhin nicht. Ineffizienz ist weiterhin das Ziel hier oben bei den 2.111. Dort werden wir dann sehen, ob genug Bullishness im Markt ist, die uns dann weiterhin nach oben treibt. Ansonsten kann es sein, dass wir hier wirklich nur ein tieferes Hoch sehen und dann die Korrektur einsetzen. Und zufälligerweise liegt genau das Golden Pocket an der Ineffizienz. Was für Zufälle es auch gibt, haben wir gestern, glaube ich, schon mal ein bisschen angedeutet. Hat sich jetzt noch mal ein bisschen mehr herauskristallisiert. Deswegen diesen Bereich hier oben am Auge behalten. Gegebenenfalls werden wir das hier shorten. Je nachdem, ob wir hier impulsiv nach oben hin ausbrechen. Das heißt mit einer ordentlichen Candle oder hier ein bisschen Struggle reinkriegen. Dann lässt sich es wirklich überlegen, ob wir hier in Short reingehen und dann möglicherweise hier wirklich mit dem Ziel ungefähr 2022 US-Dollar anpeilen nach jetzigem Stand. Aber wie gesagt, Ethereum, erst einmal Finger von lassen, konzentriert euch auf Bitcoin. Dort gibt es momentan ein bisschen genug zu traden, meines Erachtens nach. Und da warten wir jetzt erst einmal ab. Also Bitcoin, wie gesagt, Long, 29,3 mal in dem Bereich ungefähr. Und dann haben wir ja noch gesagt, potenzieller Short dann nochmal hier vielleicht bei den 29.780. Aber eher weiterhin auf Long-Seite. Ich würde momentan einfach nicht gegen den Trend traden. Gut, dann gehen wir noch rüber zu den News. CBDC Bank of Israel startet mit digitalen Schäkel durch. Ich habe das Schenkel gelesen. Aber gut, es ist früh am Morgen. Auf jeden Fall, ja, auch Israel arbeitet an einer CBDC, also arbeitet hier an der Kontrolle von Menschen, um das mal ganz ehrlich so zu sagen. Und was denken Anleger in Bezug auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Kryptowährungen im Jahr 2023? Bei Bitcoin 100% Sicherheit. Beim Rest, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber gut, das war es auf jeden Fall wieder von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns später nochmal zu einem kleinen Altcoin-Update-Video. Die Woche folgen noch ein Haufen Pre-Sales, die ich schon mal ein bisschen vorproduziert habe, weil ich dann ein bisschen unterwegs bin. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, wie jeden Tag. Also echt, vielen, vielen Dank für eure Kranken-Support da draußen. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe, wenn ihr Bock habt auf Updates oder Sonstiges. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann, denke ich, später nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.